Schönen guten Morgen! Heute möchte ich über einen kürzlichen Anruf sprechen, den ich bekommen habe. Und zwar, da ich hier Verlagserfahrung habe und auch Autorenerfahrung selbst habe, rufen mich auch immer wieder Menschen an, die sich Rat holen möchten bei ihren Büchern, die noch nicht veröffentlicht sind und dann noch im Buchwertungsprozess ein bisschen Erfahrung schöpfen möchten oder Tipps haben möchten. Und da hat mich gestern eine Frau angerufen, ich habe gedacht, der Anruf wird ein paar Minuten dauern, es hat dann über eine Stunde gedauert, wir haben uns da richtig Zeit genommen. Und zwar ist es darum gegangen, sie ist Architektin und beschäftigt sich stark mit dem Thema, was Gebäude mit Menschen machen, also wie Gebäude auf Menschen wirken und die Gegenreaktion wieder die Auswirkung von Menschen auf Gebäude, wie das alles ist und versucht das auch oder tut das auch, dass sie da wissenschaftliche Erkenntnisse dazu sammelt und das wirklich prüft durch wissenschaftliche Methoden, arbeitet mit mehreren Universitäten zusammen, wo sie einen zweijährigen Qualifizierungsprozess bereits durchgegangen sind und da wirklich Messungen, also harte Fakten feststellen konnten, dass gewisse Räume sich entweder positiv oder negativ auf Menschen auswirken können und das weiß man ja auch schon aus, das hat man in der Vergangenheit auch immer schon ganz bewusst eingesetzt in der Architektur, dass Gebäude zum Beispiel auf eine Art und Weise konzipiert wurden, um den Besucher, also die Untertanen von mir aus oder ausländische Staatsgäste einzuschüchtern und den Bewohner dieser Immobilie oder des Gebäudes oder den Nutzer der Immobilie als besonders wichtiger Person darzustellen. Also Architektur lässt sich sehr gut nutzen für solche Dinge, aber dieser Dame, dieser Architekten ist es vor allem darum gegangen, oder geht es darum, wie wirkt sich das im täglichen Leben aus, wie sind Gebäude heute gestaltet und da ist sie auch der Meinung, dass viele Gebäude vor allem Arbeitsgebäude, Bürogebäude, dass die die menschliche Dimension schon lange verloren haben und wir eigentlich zum menschlichen Maß wieder zurückfinden sollten. Und vor allem auch liegt ihr Schwerpunkt sehr bei Farben, also welche Wirkung Farben in einer Wohnumgebung zum Beispiel, in einer Arbeitsumgebung auf uns Menschen haben. Klingt natürlich sehr nach Feng Shui jetzt erst einmal und hat ganz sicher auch ein bisschen damit zu tun. Wie gesagt, diese Architekten versucht es mit wissenschaftlichen Fakten zu untermauern, dass das tatsächlich auch der Fall ist, dass die Gebäude positive Auswirkungen oder eben negative auf uns Menschen haben. Und wenn man sich das so ansieht, könnte man der Meinung sein, früher haben die Menschen ja mehr Wissen noch daran gehabt. Da wurde natürlich ein Haus früher nicht nur für eine Generation gebaut, sondern oft für mehrere Generationen. Da hat man schon gewusst, die nächsten fünf Generationen sollen in diesem Haus leben. Und da ist viel mehr Arbeit reingesteckt worden, wie dieses Haus konzipiert sein soll. Da ist viel nach dem goldenen Schnitt gebaut worden früher. Natürlich auch nicht in allen Gebäuden, aber viel öfter sieht man das in Gebäuden früheren Jahrhunderten als heute. Deswegen passiert es auch oft so, wenn ein altes Gebäude reingeht, dass man sich sofort wohlfühlt. Oder ich finde es auch bei Kirchen zum Beispiel immer faszinierend, wenn man in eine Kirche reingeht, dass die scheinbar auf eine Art und Weise gebaut worden ist. Also ich fühle mich da auch immer sehr abgeschirmt vom Rest der Welt her. Ein guter Raum zum Meditieren, zum in sich gehen einmal. Das Gefühl habe ich zumindest. Und natürlich habe ich sie auch angesprochen auf meine Erfahrungen in den Erdstellen um vorab. Und sie war der Meinung, dass diese positive Erfahrung, die ich da hatte, wahrscheinlich auf mehreren Ebenen stattgefunden hat. Dass das zum einen eine psychologische Sicht natürlich, ganz sicher eine psychologische Ebene, dass die Luftqualität eine ganz andere wäre als oben, weil die Luft wahrscheinlich durch sehr viele Mineralien angereichert war, speziell in diesem Kneis. Und dann generell, dass eben ihr Thema ist Farben, dass auch wieder diese Dunkelheit, dass man so im Halbdunkeln geht und trotzdem aber den Ein- und Ausgang wahrnehmen kann, dass das eine, dass schon alleine eine sehr starke Wirkung haben kann. Und wenn ein Sinn, was ich auch schon vermutet habe, wenn ein Sinn, das Sehsinn eben eingeschränkt ist, dass dann die anderen Sinne umso stärker werden und das grundsätzlich eine prägende Erfahrung und Erfolg schafft. Ja, ganz interessant. Und ich bin fest überzeugt, dass sie da eine sehr, sehr wichtige Arbeit leistet und gerade dieses Wissen in die Welt zu bringen, dass es sehr wichtig ist, wie unsere Gebäude aussehen und vor allem wie die Innenräume auch aussehen, damit die sich positiv aus uns auswirken können. Sie arbeitet zum Beispiel auch mit Krankenhäusern zusammen, weil gerade dort ist es ja sehr wichtig, dass die Menschen in ein Umfeld kommen, in ein Umfeld kommen, wo sie sich erholen können, wo sie sich heilen lassen können. Und da können speziell Farben, wissen wir ja schon lange aus der Farbenlehre, dass zum Beispiel die Farbe Grün, die aus der Natur kommt oder Natur symbolisiert ganz stark, dass sich die sehr positiv auf uns auswirkt und speziell von Formen, die im goldenen Schnitt gehalten sind, weiß man ja auch, dass sich die sehr positiv auswirken, aber vor allem, dass die sehr angenehm anzusehen sind für uns, fürs Auge, weil das eben ein Abbild der Natur ist. In der Natur ist sehr vieles nach dem goldenen Schnitt, jedes Blatt nach dem goldenen Schnitt mitgestaltet. Und ja, einfach ein interessanter Gedankenanstoß. Ich werde das beobachten, in welche Richtung das weitergeht. Ich finde das sehr, sehr interessant. Und ganz sicher, ganz wichtig, ich bin überzeugt, dass Gebäude, dass die Städte, wie unsere Städte aussehen, absolut unsere Gesellschaft mitprägen, wie wir miteinander interagieren, wie wir miteinander leben. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Räume, in denen wir uns täglich aufhalten, entsprechend gestalten. Wie schaut es bei euch zu Hause aus? Eure Gedanken. Danke für euch. Ciao.